Ah, das Biwelle hat auch eine österreichische Fahne bekommen. Hier ist sie, bravo, welcome. Savati crepe, Savati crepe. So, wir sind wieder einmal da. Ihr solltet ihr kennen, ich sage jetzt nicht wo es ist. Das ist eigentlich Klaro, 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 Klaro. Klarer als Klaro. Das muss man nicht finden. Genau hier gibt es eine Art Zipi. Heute ist ruhig gesehen. Ja, vielleicht eben doch. Also man muss es, man lässt es schon ein bisschen Ernsthaft betreiben. Der Jörg hat einmal so ein Problem mit dem Meditieren weggekriegt. Ja, ja, das kannst du schon. Bei der Brücke, wir sehen natürlich auch oft Sachen, die eigentlich aus der Züche kommen. So, also sieht es. Urhin von oben aus. Der hintere Teil vom HR1B. Oh, Black Mount. Dort ist alles wieder ziemlich deisig. Wo ist das Restaurant dieser belgischen Frau? Ist das? Ja, Jacqueline. Ah, Jacqueline, da vorne. Nein, hier. Das ist hier verschneckt. Oh, zwischen den Bäumen. Ah, da zwischen den... Ah, ja genau, da, ja. Weil eigentlich... Es gibt ja Wege. Es hat ja Wege. Ja, nur du hast keinen Zugang zum Lotuswell. Es hätte eigentlich Wege. Ja, da laufen die Rinder immer durch. Ja, ja, genau. Wenn es nicht so Wege hat, wie da. Es ist auch nicht sehr empfehlenswert. Weil da hat es jedem einen Schlang. Ja. Na. Ja. Gut, normalerweise geht der Lärm ja hoch. Wie hast du es mit dem Lärm entdessen bist? Null. Null? Null. Was willst du... Das Einzige, was wir... Ah, so aus dem vierten Stock. Ja. Offenhalten. Offenhalten. Bin gleich da. Ah, hier aber da. Ja. Ah, so im See. Jawohl. Und dann gehe ich wieder zurück. Juhu. Null. 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 Gute Sound haben wir. Ja. Das kenne ich mir doch irgendwie. Und dann ist es für den Grill. Das ist immer noch für den Welten Valentinstag. Und dann ist ja auch die Jutta ja Goldnudeln in die Hände. Und da steht es auch hier. Ja, wir kommen jetzt gerade von der Nacht zu essen. 270 Baten, unglaublich, ein schönes Pool, 05.06 Uhr, die Abendstimmung, hello, schöne Blumen, schöne Bäume, immer mal in Abend, und die Sonne geht ab, das ist also da Westen nicht wahr, wenn wir da ja verstanden haben, dann geht es da wieder, dann geht es da wieder, das ist ja lustig, da ist die, da gehen wir auch durch, da gehen wir sicher nicht durch, da gehen wir auch nicht durch, dann gehen wir halt da durch, jetzt gehen wir über diese Brücke, da sind alle da, ich finde heute herrlich unsere Anlage, das ist immer wieder unwahrscheinlich schön, wenn die Sonne untergeht, wie, gell, und da kommt es auch über die Brunnen, die Brunnen, noch einmal, Westen, Norden, Osten, Süden.